Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo und heute öffnen wir wieder ein Türchen für euch und zwar der Max Münch aus Lommatsch hat was für euch leckeres, ganz leckeres. Hallo ihr Lieben, schaut mal hier rein, unser Rollschinken, exklusiv für die Weihnachtszeit, über Buchenholz geräuchert, ganz zart, absolut lecker. Lasst es euch schmecken. Danke Max!